Soll ich mir keine lustigen Zahlen hier vorlesen. Wo ziehst du denn jetzt hin? Das ist ein Funktionstest. Wir gucken, ob unser Drehmechanismus noch funktioniert. Das Ergebnis ist nicht so wirklich. Auch schon wieder gegnerische Verstärkungen. Dann treffen endlich meine mal einen. Na komm. Nee, noch nicht. Erstmal beordern wir in der Raffinerie und dann... Ja. T-Minus-One. Okay, hier gibt es nichts zu reparieren, warum auch immer nicht. Ah nein. Nein, das habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist gemein. So, jetzt muss ich hier nur noch durchhalten. Ich schicke wieder mal ein Verstärkungen runter. Oh ja, sonst wird das. Wird doch egal. Ah. Was zur Hölle? Soll ich die jetzt alle aufhalten? Zur Hölle! Soll ich die alle aufhalten? Womit? Womit denn? wir haben hier aufhalten. Hallo, ernsthaft? Womit soll ich die aufhalten? Ihr habt doch einen totalen Knall, oder? okay dann kommt hier keine dritte raffinerie hin kann man das gar nicht leisten fahrt so schnell es ist kotzen wie sie langsam gefahr die lieferung ist auch mal wieder super langsam da wird oben genug türme stehen ich würde hier unten noch türme stehen wo immer die jetzt eintreffen die sind eingetreffen einmal links und einmal hier unten irgendwo ob sie müssen kommen sie von irgendwo da unten auch noch na komm kriege ich jetzt bald mal mein bestellten na also halt die mob die Infanterie ist los jawoll jetzt macht mir die Panzer plat das hat sich wohl so vorgestellt das sind meine Infanterieanhalten wo nein war doch jawoll nein das musste ganz funktionieren egal ich habe noch mehr Einheiten darum geht es nicht da guck noch eine Einheit was könntest du das schaffen weil bei der Menge die da ankommt einfach nur glaube ich kann mich ganz vergessen bleiben das ist ja ich merke diesen Panzer in die Luft machen wir auf um herumzufahren Also wenn jetzt gleich die Verstärkung kommt, dann... Habe ich jetzt immer noch verloren? Ja, lasst uns wieder da. Wie soll ich die aufhalten? Womit? Komm, lad mal ganz schnell Gelder ab. Da kommt nie was rechtzeitig an. Super! Keine Ahnung, wie sie dir das vorgestellt haben, was das funktionieren soll. Habe ich jetzt auch schon eins zu mir gesehen? Kann ich hier irgendwo vielleicht den Turm hinbauen? Nein, kann ich nicht. Ach nein, ihr sollt doch nur euch da rauf fahren. Ja, Mann, müsst ihr nicht immer ständig wegfahren. Ich hasse euch, wisst ihr das? Das ist jetzt so richtig scheiße. Neun! 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 Oder schwach ist noch? Nein! Toll! Oh, das ist doch so ein Kotzen! Jetzt läuft es wieder ganz langsam. So, komm, jetzt mal wieder Normalgeschwindigkeit hier. Na komm, wer fertig? Unit ready. Reporting. Standing by. Yes sir. Orders received. Confirm. Orders received. Yes. Orders received. Orders out. Yes sir. Standing by. Confirm. Yes sir. Yes sir. Orders received. Standing by. Yes sir. Yes sir. Ja, die greifen alle beim Infantrieren halt an. Ich weiß nicht warum sie das machen, aber sie machen das erst mal. Orders received. Stand by. Union. Ah, repariert das Ding. Boah, da kommt so viel Infantrie. Und ich kann... Oh, ich kann nicht weit fahren. Wir müssen das Ding fernhalten. Oh, hier sind schon wieder gleich alle tot. Union. Die greifen alle beim Infantrieren. Yes sir. Standing by. Union. Forms. Standing by. Yes sir. Nein. Geht weg. Our base is under attack. Folgt dem Typen doch. Alter das Ding. Yes sir. Unit. Box. Stand by. Building. Nein. Ach, fickt euch doch. Kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Unit ready. Was soll ich denn noch machen? Yes sir. Yes sir. Building. Nein. Nein. Ja, jetzt ignoriere die Infantrier halt natürlich gleich und töte damit alle meine... Ah, fickt euch. Ich weiß nicht, wie ich das aufhalten soll. Hallo, das sind so viele. Ja, halt die Fresse. Oh, da ist ja noch ein Panzer. Oh, da ist ja noch ein Panzer. Oh, da ist ja noch ein Panzer. Ich bin hier kümmern und so. Oh, das wird die klein hier platt machen. Nein, ihr sollt doch weiter. Nein. Steigen, komm schon wieder zu spät. Komm, ladet ab. Ladet ab. Lade noch ab. Ach, greift halt auf. Nein, jetzt. Ja. Fickt euch. Ja, komm, das kenne ich doch schon. Baste. Ach. Komm schon, was soll denn der Scheißdreck jetzt? Komm, auf. Laden. Nein, das muss gehen. Na, komm raus. Na, also. Auch gleich die nächste. Ignoriert den Panzer, der Panzer war ein Einheit. Der Platz kommt schon. Braucht halt nicht immer ewig und drei Tage. Ich will ja nicht da konnten spielen. Vielleicht haben wir ja wirklich mal richtige Panzer. Hallo. Ich hab da an. Ich hoffe, sie den auch klicken. Fahrt mal weg. Fahrt mal weg. Fahrt mal weg. Fahrt mal weg. Nein. Versteigungen kommen ja schon. Aber sie kommen zu spät. Und ich hab doch gesagt, wie das Ding. Hallo. Greift an. Geh sofort mit allem an. Ach ja. Ach ja. Ich krieg auch mal richtige Verstärkungen. Ach ja. Ich krieg auch mal richtige Verstärkungen. Nein. Das heißt, ich muss... Fickt euch doch. Anladen mal den Älteren. Der ist nicht alt genug. Laden mal noch einen Älteren. Abbruch. Tschüss. Runde mit euch. Oh. Es ist doch nicht wahr. Komm, bewegt euch. Ja, der lauft gleich in meine Türme rein. Und das hat ich... Ich kann es auch mal mit angreifen und übertreiben. Vier Panzer, toll. Ich kann nicht mal einen Turm oder sowas da hinsetzen, weil einfach kein Platz ist. 860 kostet er jetzt, toll. Vorhin war er aber günstiger. Sammelst du schon wieder 10 Kilometer da unten? Ich pack es einfach. Komm, sammle mal den Wurm auf. Na komm, schütt dein Geld da rein. Werd günstiger, komm schon. 830, du musstest mich verarschen. Ja, wie lecker. So, höre mal die Rändergeschwindigkeit. Dann verringern die Getreidegröße. Ach komm, sonst ist doch ein Tix. Ach runter, alles runter jetzt. Du fährst jetzt nicht wieder ganz nach unten. Was bist du denn jetzt? Ach nö, jetzt kommt doch der Wurm runter und frisst wahrscheinlich gleich mal eine Panzer. Ja, komm. Immer noch 830. Er ist einmal eine Panzer gefressen. War ja klar. Laden. Haus die Maus. Fahrt mal alle da hoch irgendwo hin. Was weiß ich wohin. Irgendwie so, so. Dass halt nicht hinkommen, der Wurm. Ja, frisst mal die gegnerischen Einheiten. Ne, die gegnerischen Einheiten sollst du fressen. Die ignorierst du natürlich. Leck mich. Wieso kommt da jetzt schon Atheides rum? Und ich hab nicht mehr Panzer als beim letzten Mal. Ich pack's einfach nicht. Ach komm, frisst die gegnerischen Panzer. Ja, und jetzt abhauen. Hauptsache meine gefressen, aber nur nicht die gegnerischen. Kommt so viel. Zu viel. Kommt schon, Vater her. Nein. Ach komm schon. Es muss doch möglich sein. Komm, geh die gegnerischen Einheiten fressen, du Kackwurm. Geht mir auf den Sack hier. Oh, frisst die Gegner. Fress die Gegner. Weg da. Geh da runter, da sind Gegner. Die kannst du fressen. Die schmeckt mir scheinbar nicht. Ja, ganz toll. Rüder gegnerische Panzer. Dafür fährt schon der Färter. Ja, ja. Und hier fährt er wohl eben rum. Ja, fahr da mal weg. Sehr gute Gedanken. Komm, frisst die gegnerischen Einheiten. Wo fährst du denn du schon wieder rum? Ah, komm, fahr da drüber, Jungs. Jetzt fahr da drüber. Na also. Hauptsache, du killst vorher noch eine Einheit. Das war nicht mein Sammler, oder? Ey, meine Einheit. Hoffen wir nicht. Und hier noch eine. Greif doch mal an! Hallo! Oh, na also. Oh! Wo ist mein zweiter Sammler? Nee, oder? Ich hab nur noch einen. Ach, fickt euch! Na, ganz toll. Einen Sammler noch. Darf ich... Oh. Ich krieg gleich das Kotzen. Irgendwas davon ist noch feindlich. Und hier. Jetzt dann mal raus fahren. Danke. Ja, ja. Oh, hier mal die Türme reparieren. Das ist aber ein Sammler, das ist so scheiße. So, sind jetzt alle Pfeile? Liegt einer halbmal tot? Ich glaube schon. Nein, ich glaube einer. Geh doch in den Weg, mal sterben, Jungs. Ach komm schon, ich brauch Kohle. Oh, ich hasse es einsam. Hallo, du sollst doch nicht um die Weltgeschichte fahren. So ein Rotz, ein Dummer. Wann habe ich den denn bitte schon verloren? Warum sagt mir das Spiel das nicht? Na komm, wir fertig. Oh, noch mehr von den Sammlern. Das wird sonst nix. Ich brauche funktionstüchtige Türme. Gut, wann kommt überhaupt die nächste Verstärkung? Oh, das Hammer. Ach nee, was ist das denn jetzt? Antimal. Ach komm. Hör doch mal auf mich ständig anzugreifen. Ja, ich komm ja schon. Da kommt schon der Wurm. Ganz toll. Sieht's ja mal mit Versteigungs-Truppen aus. Ja, fahr mal ab und wir das werden. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Hm. Man, 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 man. Tschüss. Zahlt natürlich, dass ich die Einheit verloren habe. Ah. Oh, Verstärkung. Na also. So, dann lass ich euch mal oben und ihr seid auf Board 2 und bewacht hier unten alle. Yes, Sir. Orders, receive. Reporting. Standing by. Yes, Sir. Standing by. Standing by. Standing by. Standing by. Union, Moss. Confirmed. Yes, Sir. Obwohl die fahren so langsam. Hm. Okay, die Mission ist aber gelaufen. Ich krieg da jetzt dauernd Verstärkungen und von daher... Unit ready, building. Ja, Sir. Orders, receive. Building. Insufficient funds. 3, wenn das fertig ist, 5, 3, noch 1,5, 6. Ach, hier lass ich immer wieder abschießen, ist aber schön. Unit lost. Ist mir doch egal, wenn ich einer verloren habe. Orders, receive. Ich krieg mir das eh nicht. Ich will die Mission doch nur schaffen. Das ist alles, was ich mir gerade wünsche. Yes, Sir. Reporting. Orders, receive. Our base is under attack. Yes, Sir. Reporting. Das müssen sie alle sterben. Weil sie es gewagt haben, mich anzugreifen und zu nerven. Das ist doch überhaupt... Naja, das ist... Der ist der Neue. Der kann das auch. Standing by. Standing by. Good morning. Antimatter. Yes, Sir. Orders, receive. Das müssen sie wieder sammeln. Aber ich habe da noch ein großes Weißfeld vor mir liegen. Das heißt, ich kann meine Ausgaben locker decken. Ja, es würde schneller gehen, wenn ich nur ein, was in beiden Bauern regle. Aber... Ich habe die Einheiten zur Verteidigung, von daher ist alles in Ordnung. Oh. Komm, nimm mal so'n Wurm ein. So'n Wurm. Ich sehe so'n Wurm. Geht das? Komm schon. Komm schon. Du bist über Alarm. Yeah, jetzt krieg ich den Wurm nicht kontrollieren. Das wäre auch zu cool, wenn das funktioniert. Wenn das nicht funktionieren würde. Yes, Sir. Ach, keinen Wurm steuern. Das ist so cool. Ach, du bist schon da voll. Ja, fahren wir zum Gegner wieder. Na komm. Unit ready. Yes, Sir. T-1. Harvester. Under attack. Stand by. Construktion complete. Oh, ich dachte, der Pferd ist doch da rein. So ähnlich wie der Mammutpanzer in die Teslaspule. Wo ich dann ne Mammutspule habe. Um auf mein Alarm für Rot Let's Play anzuspüren. Wo das ja ging. Apropos. Ich habe doch hier eben noch. Ich habe zwei hochgeschickt. Ziemlich wieder runtergeschickt. Schauen wir mal. Ach ja, richtig. Wir brauchen einen sechsten Sammler. Und dann brauchen wir noch Currytransporter. Ja, viel viel Curry. Ganz doll viel Curry. Bei der Gelegenheit. Ihr seid ab sofort zwei und... Nein, ihr bleibt zwei und... Ihr seid weiter eins. Habe ich spontan noch mal umgeschickt. Apropos Building. Ja, reparieren wir mal meine Türme hier, ne? Und alles was sonst noch zu reparieren ist. Was nicht viel ist. Oh was, weder zwei noch eins. Ich hab mir verwirrt. Du hast wahrscheinlich wieder so einen super Umweg genommen. Eine Abkürzung! Oh, die dauert ein bisschen länger. Oh, tschüss. Oh, da fällt er gleich wieder weg. Der hatte Angst. Kann er nicht mal das Ding machen? Oh, das wird doch egal. Oh, die Instruktion ist komplett. Ja, auch geil. Ich hab noch genug Ersatz. So ist es jetzt nicht, ne? Was ist denn da oben los? Das ist mein Sammler. Kann ich mir schon hin? Gut, kann ich jetzt anfangen Panzer zu bauen. Und ich hab hier Platten noch irgendwo gelegt. Ach ja. Ich wollte da ja noch was bauen. Was sind zwei? Ja, ja. Du hast auch gelost. Ob ich das da noch hinbekommen soll ich mir das vorstellen? Wird schwierig. Du bist nicht zwei, also musst du auch sterben. Ja, jetzt haben wir doch wieder da unten. Du bist nicht zwei, also musst du auch sterben. Okay, man. Du bist nicht und das.